Moin, ich habe mich für einen Beruf in der Landwirtschaft entschieden, weil es der wichtigste Beruf der Welt ist. Einerseits sichern wir die Ernährung für viele Menschen auf der Welt, andererseits schaffen wir auch neue Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Wir arbeiten mit und in der Natur und wir arbeiten mit Tieren, was ich schon früh als Kind sehr geliebt habe. Und wir arbeiten mit der modernsten Technik. Das begeistert mich besonders am Beruf des Landwirts. Die Natur schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Deshalb bin ich stolz, ein Bauer zu sein. Egal ob Wochenende, Ostern, Weihnachten, wir sind 24-7 für unsere Tiere da, damit es ihnen gut geht. Darum bin ich stolz, Landwirt zu sein. Ich bin stolz, Landwirt zu sein, weil ich gerne Trecker fahren darf. Hallo, ich finde die Landwirtschaft gut, weil es macht Spaß, mit Tieren und der Natur zusammenzuarbeiten. Die Erzeugung Qualität von Lebensmitteln ist eine der wichtigsten Aufgaben und deshalb bin ich stolz, Landwirt zu sein. Die Landwirte sind das Rückgrat eines lebenswerten ländlichen Raumes. Deswegen bin ich gerne Landwirt. Moin. Ich finde es gut, in der Landwirtschaft zu arbeiten, weil es mir Spaß bringt, mit den Tieren zusammenzuarbeiten und die großen Maschinen zu fahren. Ich würde gerne Landwirte, weil die Arbeit und den Tieren mir jeden Tag auf Freude bereiten. Tiere großzuziehen, für die Zucht, zu beobachten, wie sie wachsen und gedeihen und am Ende zu sehen, wie es gelingt, das macht mich stolz, Landwirtin zu sein. Ich finde es toll, in der Landwirtschaft zu arbeiten, weil man nirgends so coole junge Menschen trifft und denen Landwirtschaft erklärt. Gemeinsam mit meiner Familie bewirtschaften wir einen Saunenbetrieb mit Ackerbau im Rheinland. Das Schöne an meinem Job sind die Herausforderungen, denen wir uns täglich stellen müssen. Das bedeutet für uns aber auch einen starken Zusammenhalt, damit gemeinsame Ziele erreicht werden können. Stolz bin ich auf die starke Gemeinschaft, auch unter Berufskollegen. Und von daher bin ich proud to be a farmer. Ja, ich bin selber kein gelernter oder so zitterer Landwirt, sondern bin in der Landwirtschaft nur in der Freizeit unterwegs. Ja, als nicht gelernter Landwirt bin ich trotzdem sehr stolz darauf, in der Landwirtschaft unterwegs zu sein. Versuche ich, den normalen Verbraucher mitzunehmen, zu zeigen, was wir eigentlich alles machen, damit der Verbraucher letztendlich nachher die Kartoffel über sich auf dem Teller liegen hat. Da sind sehr viele Schritte gehören dazu und das versuche ich hier immer wieder zu lassen. Deswegen mache ich halt diese Arbeit hier und habt da sehr viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020